Hallo zusammen, mein Name ist Timo Scheierlein, ich bin von der Firma Helpa. Wer es noch nicht weiß, Helpa ist die Abkürzung von Helsing Paint Art. Ich denke mal jetzt weiß jeder was damit gemeint ist, ich habe euch ja das letzte Mal mein Helpa Harz vorgestellt und wem das zu langweilig ist, einfach nur zu gießen, wo ist das, da ist es, habe ich euch noch einen kleinen Special, ein Effekt Blaster und damit könnt ihr noch mehr Zellen und Strukturen machen in das Harz und das wollte ich euch in diesem Video mal zeigen. Also, dann lasst uns starten. Okay, ich habe mir drei Farben angemischt, das ist echt rot, schwarz und gold. Wer wissen möchte, wie man Farben, also Pigmente mit dem Harz anrührt, schaut euch bitte das vorige Video an, da habe ich alles genau erklärt, ich verlinke es euch oben und dann passt das. So, hier dieser Effekt Blaster, mache ich jetzt zwei Tropfen in das Rot rein und ich denke mal in das Gold. ich mache ihn alle drei rein, etwas umrühren. So, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Nehmen wir mal einen Becher, mischen wir das, also ähnlich wie beim Acryl gießen. Schwarz, Rot, Gold, machen wir einfach mal einen Flip Cup. Also, ihr könnt da wirklich Zellen und Strukturen rausbekommen. So, dann lasst uns die Zellen und Strukturen rausbekommen. So, dann lasst uns die Zellen und Strukturen rausbekommen. So, dann lasst uns die Zellen und Strukturen rausbekommen. Damit ihr seht, wie es funktioniert. Okay, jetzt spielen wir noch ein bisschen. Hier haben wir ein bisschen Goldene. Hier haben wir ein bisschen Goldene. Ich könnte es natürlich auch etwas laufen lassen. Ich könnte es natürlich auch etwas laufen lassen. Und wir schauen, dass er nicht zu viel verliert. Also, wir schauen, dass wir jetzt hier auf den Zellen und den Zellen und die Zellen und die Zellen und die Zellen. Da habe ich mal ein paar Tropfen rein. Ich habe jetzt diesmal auch 80 Gramm angerührt, äh 80 Gramm Entschuldigung, 90 Gramm, das heißt 60 Harz und 30 Herzer, weil 75 Gramm insgesamt war mir, es reicht aus, aber es wird eng, darum mache ich lieber mal ein bisschen mehr. Wieder noch den Rest Gold, ja ok, nicht mehr viel, gut. Bis zum nächsten Mal. So, schön schauen, dass wir die Rente auch zubekommen. Ok, soweit alles voll, da habe ich noch eine kleine Luftblase drin, gut, ihr seht, da kann man schöne Strukturen machen, teils auch Zellen, jetzt kommt es wieder auf das Erhitzen drauf an, dass man die Luftblasen raus machen, aber denkt daran, nicht zu arg erhitzen, weil das Harz, je wärmer es wird, flüssiger wird, nicht, dass wir jetzt alles wieder zerstören, also da ein bisschen aufpassen, weil der Rest wird sich dann auch noch beim Trocknen verschwinden, die Bläschen. Ja, jetzt spinnt mein Brenner wieder, ok, dann lasse ich das jetzt mal so, möchte ja nicht zu viel machen, gut, ich zeige es euch jetzt einfach nochmal von nahem und dann auch wenn es getrocknet ist, alles klar, dann bis gleich. Jetzt das Bild von nahem, ihr seht also, es glänzt schön, seht ihr was man für Strukturen hier rausbekommt. Ich habe etwas zu viel rein von diesem Effektblaster, wollte euch aber zeigen, was geht. Ihr braucht da eigentlich nur ein Tropfen und das vielleicht auch nur in eine Farbe rein machen, aber da könnt ihr selber dann rum experimentieren. Also jeder seine Kreativität ausleben soll jetzt ja nur, das ist auch cool, ein Beispiel sein. ich sehe mich in der Kamera, das ist brutal, wie das glänzt. auch hier noch, ok, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und ihr wisst, ich stehe euch ja immer mit Rat und Tat zur Seite. Gut, dann zeige ich es euch nochmal, wenn es getrocknet ist und dann, bis gleich. So, seht her, das Bild liegt jetzt 24 Stunden, ist soweit trocken. Wie gesagt, nach 48 Stunden komplett getrocknet. Ihr seht auch, diese Strukturen hat es beibehalten. Ja, ganz gut erkennen. Und wie gesagt, der Glanz ist natürlich genial. Ok, ich werde jetzt hier auch das Klebeband abziehen. Wie gesagt, komplett unten abgedeckt. Es kann in Einzelfällen mal, hier seht ihr auch, etwas runter laufen. Kann man aber dann abschleifen. Dann habe ich das Klebeband wahrscheinlich nicht dick genug drangedrückt. So, aber sonst ok. Alles schön sauber, auch an die Ränder. Da müssen wir aufpassen wegen der Kamera. Gut. Wie gesagt, hier könnt ihr dann auch nochmal polieren. Also Politur, könnt ihr eine ganz normale Autopolitor nehmen. Also für Autolack funktioniert. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, da ist auch noch Dreck. Mach ich nahe weg. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach schreiben. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.